UNTERTITELUNG Wir haben 600.000 geboten! Äh, wir bitten die Verspätung zu entschuldigen. Wir hatten ein kleines Problem am rechten Triebwerk. Möchtest du ein Xanax, Ambien, Valium oder Oxy? Ich hab auch stärkeres, wenn du willst. Es gibt Menschen da draußen, Gott sei Dank. Unser Flugzeug ist abgestürzt. Wir werden euch allen helfen. Das Ding im Wald ist der leibhaftige Tod und es will uns holen. Hast du gesehen? Es ist kein Bewegungsmelder, das ist eher ein Teil... Du kommst! Brenn! Austin ist tot. Nein! Ich bin hier! Austin lebt. Geh zur Hölle, hässlicher Mistkerl! Sie sind so weit. Sie sind so weit. Sie sind so weit.